Im Januar fand die Wahl zum Studierendenparlament der Universität Göttingen statt. Und sie endete mit einer Überraschung. Sowohl die Gruppen, die den AStA im letzten Jahr gestellt haben, als auch die Opposition, also ADF und RCDS, kamen jeweils zusammen auf 31 Sitze. Die für die Mehrheit benötigte eine Stimme fiel dem Nerd Campus zu. Auf der konstituierenden Sitzung am 2. März, also an dem Termin, an dem der AStA bestimmt werden sollte, scheiterten trotzdem alle Versuche, eine Mehrheit zu bilden. Darüber wollen wir heute mit Merten sprechen. Er ist vom Nerd Campus, er ist Kandidat und will uns ein bisschen was über die Hintergründe erzählen, wie es eigentlich zu dieser PAD-Situation kam, was hinter den Kulissen geschah und nicht zuletzt, warum wir jetzt noch keinen AStA haben. Schön, dass du da bist, Merten. Was hat denn da dann am 2. März nicht funktioniert? Also es gab jetzt diese zwei großen Fraktionen. Warum hast du nicht einfach mit einem von denen was zusammen gemacht? Also in der Göttinger Hochschulpolitik ist es traditionell so, dass wir zwei Lager haben, wie du schon gesagt hattest. Das eine ist, das nenne ich das politische Lager. Und auf der anderen Seite haben wir die Service-orientierten Gruppen, so würde ich sie einmal nennen. Ja, wie gesagt, traditionell ist es so, dass jeweils eine dieser Gruppen den AStA bildet, so war es im letzten Jahr die politischen Gruppen und die beiden Jahre davor die Service-orientierten Gruppen. Nun war es in diesem Jahr so, dass eben nicht eines dieser Lager eine Mehrheit bekommen hat, sondern wie du schon eingangs richtig erwähnt hast, die eine entscheidende Stimme eben uns zugefallen ist. Und wir sehen uns jetzt tatsächlich nicht demokratisch legitimiert, eines dieser traditionellen Lager zu stützen. Entschuldigung, wäre es nicht wichtig, jetzt erstmal einen AStA zu haben, als jetzt da so ideologischen Grundgedanken nachzuhängen? Also, tatsächlich ist es derzeit wichtig, einen AStA zu bekommen, insbesondere für die Fachschaften. Was die eben mit dem AStA zu tun haben, ist hauptsächlich, dass der AStA die Auszahlung verwaltet. Dort zeichnet sich derzeit eine Lösung ab. Selbstverständlich ist das keine langfristige Lösung. Also, es kann jetzt nicht ein Jahr lang irgendetwas geschäftsführendes, kommissarisches, vorläufiges oder so geben, das ist klar. Als wir am Wahltag Hendrik Werner vom RCDS gefragt hat, hat er uns geantwortet, man könne nicht so lange weiter wählen, bis einem das Ergebnis passt. Ja, sind denn Neuwahlen eine Lösung für dich? Also, Neuwahlen sind aus den eben genannten Gründen überhaupt keine Lösung, weil wenn es Neuwahlen gibt, dann gibt es keinen vorläufigen AStA und dann wird möglicherweise eine Person aus der Universitätsverwaltung eingesetzt, um die Aufgaben der Studierendenschaft zu verwalten. Und das halte ich für eine ganz große Niederlage, nicht für irgendeine Gruppe, sondern für die studentische Selbstverwaltung allgemein. Wenn man mal die Leute fragt von den verschiedenen Hochschulparteien, wer jetzt Neuwahlen unterstützt und wer sie eben ablehnt, hat sich ja ein relativ einheitliches Bild gezeigt. Also, die Gruppen rund um die gemeinsame Liste von GHG, also Grüner Hochschulgruppe, und der Juso-Hochschulgruppe, befürworten ja eine Neuwahl. ADF und RCDS sind dagegen. Kann man da nicht tatsächlich von Grabenkämpfen sprechen oder zumindest von Blöcken? Ja, ich bevorzuge das Wort Lager. Natürlich kann man davon sprechen und man kann leider, leider, leider Gottes auch von Grabenkämpfen sprechen, auch wenn ich diese Grabenkämpfe ablehne. Wenn du dich jetzt zwischen den beiden einordnen müsstest, wo würdest du das tun? Ich sehe auch das Argument, dass die Hochschule eben keine Insel ist, die völlig abgekoppelt von der Gesellschaft ist, sondern Studierende gehören zur Gesellschaft. Aber eben, was Hochschulpolitik leisten muss, ist einmal auf jeden Fall der Service für Studierende. Das ist das Wichtigste. Und eben auch, dass sich Hochschulpolitik mit Themen beschäftigt, die hochschulpolitisch relevant sind, die eben wirklich das Leben an der Hochschule betreffen und so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Gesellschaft und der Hochschule sind, aber niemals Themen der Hochschule außer Acht lassen. Ja, also es hat sich ja auch abgezeichnet, schon ganz früh nach der Auszählung der Wahl, dass eigentlich alle schon von einem Part gesprochen haben. Das setzt aber auch voraus, dass ja eigentlich alle schon genau wissen, mit wem sie koalieren möchten und dass sie ja auch alles andere schon ausschließen. Werden da eigentlich Koalitionsgespräche geführt oder ist das nicht schon im Vornherein festgelegt und dann wird nur noch ausgezählt? Nein, also es wurden schon Koalitionsgespräche geführt. Ich habe ja erwähnt, die Asten der letzten drei Jahre und im Aster davor gab es eine ähnliche Situation. Im Aster davor haben ADF mit JusoHSG und GHG koaliert und viele der Menschen, die in diesem Aster waren, sind auch heute noch dabei. Und auf beiden Seiten hat man diesen Aster als am Ende kaum mehr arbeitsfähig wahrgenommen. Und ich denke, da ist auch sehr viel Angst, dass man jetzt in eine ähnliche Situation kommt, wenn man einen ähnlichen Aster wieder macht. Ja, jetzt haben wir super viel über die Hochschulpolitik in Göttingen selbst gesprochen und über die Hintergründe und Mechanismen, die so ein bisschen dahinterstehen. Aber wo siehst du dich selbst? Was kann eigentlich der Nord Campus, der ja so nach der Selbstbeschreibung sich für den Nord Campus einsetzt, so was, was wollt ihr? Ja, vieles. Zum einen wollen wir erstmal wachsen. Also wir haben jetzt einen Sitz, das muss ja nicht so bleiben. Langfristig wollen wir zum einen eine Änderung dieses politischen Systems, was ich gerade beschrieben habe. Also weg von dem Konkurrenzdenken hin zu der Konkurrenzdemokratie. Also dass eben einfach jeder, der sich einbringen möchte in die Hochschulpolitik, das auch kann. So läuft es an den meisten Fachschaften, gerade am Nord Campus und in der Mathematik. Dort spielen politische Überzeugungen, politische Ideologien, spielen dort einfach keine Rolle. Also in dieser politischen Stimmung bin ich hier groß geworden, sag ich mal. Und diese Ideen möchte ich jetzt auch in die zentrale Hochschulpolitik bringen. Wäre dann nicht so Teil einer jetzt regierenden Koalition zu sein ein erster Schritt, um das umzusetzen? Also das Problem ist ja, wenn wir jetzt Teil einer solchen Regierungskoalition sind, sagen wir ja mit den linken Gruppen, würden wir ja dieses System, was ich gerade beschrieben habe und was ich unbedingt ändern möchte, weiter stützen. Und an inhaltlicher Arbeit im Studierendenparlament, ich denke, da kann man auch sehr gut etwas machen, wenn man in der Opposition ist. Also Anträge anbringen kann jeder Studierende, übrigens, also nicht nur Parlamentarier, jeder Studierende kann einen Antrag eines Studierendenparlaments stellen. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, was wird jetzt am Donnerstag passieren? Naja, ich erhoffe mir weiterhin in meinen naivsten Träumen, dass es einen Konkordanz-Aster gibt. Also einen Aster, in dem eben Personen aus allen Gruppen oder zumindest aus beiden Lagern gewählt sind. Ja, aber realistisch befürchte ich, dass es dazu wieder nicht kommt. Ich danke dir für das Gespräch, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ich hoffe, ihr kommt am Donnerstag weiter. Ja, vielen Dank euch und ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Klarheit schaffen konnte. Ja, vielen Dank euch.